ja liebe freunde ich bin zu hause angekommen ich zeige euch mal ganz kurz was ihr eigentlich morgen so gewinnen können was wir eigentlich von der Gamescom mitgenommen haben wir haben hier erstmal ganz viele Überraschungsboxen da ist die ganze Tasche voll hier hier alles voll könnt ihr morgen alles gewinnen das lass ich aber jetzt mal trennen werde ich es genauer spoilern und hier natürlich die ganze Tasche voll mit den Spielen jetzt bleibt offen ich kann mir kurz einen kleinen Einblick geben hier alles voll da unten ist noch mal eine Ebene also noch mal so viele Spiele und die könnt ihr alles morgen gewinnen im Livestream und das war mal so ein klein Einblick was ihr alle so gewinnen können ist eigentlich geil wir haben alle Sachen von der Gamescom mitgenommen und ja wir hoffen natürlich dass ihr morgen mit dabei seid und würden uns freuen wenn wir uns morgen im Livestream wieder sehen bis dahin tschüss bis dann 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 bis